ARD Text im Auftrag von Funk 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 Nee, 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 nee. Wir gehen jetzt bestimmt nicht wieder zurück in irgendwelche Chapter, wo wir schon drin waren. Ich bitte dich. Links oder rechts? Ich entscheide mich für rechts. Dann gehen wir wieder rechts. Es war richtig! Ob es denn hier ist ein Speicherpunkt? Da ist eine Plattform. Die rechte... What the fuck? Okay, die Übergänge-Bang. Aha, okay. Ich kann mich nicht auf Übergänge drauf. It's fine, it's fine. Also, wenn grad irgendwas passieren soll... Ich weiß von nichts. Aha. Weißt du, es gibt so Situationen in Fangames, da denkst du dir einfach nur... What the motherfucking shit. Dann füllte mich halt da an der Ecke, aber das fackt mich nicht in der Wand rein. Ich habe uns keine Ahnung, was das mit den Portalen sollte. Hätten die alle ins gleiche Dings geführt? Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Das heißt, wir wollen uns an die Seite stellen. Dankeschön. So. Was? Du hast es gemacht? Frage, Frage, Frage. Es ist so weit. Du? Ja, das ist so weit. Du? Ja, das ist so weit. Okay, cool. Wer hätte der Kollege jetzt ausgesprochen? Bla bla bla. Dann wäre das echt cool gewesen. Ist das jetzt eigentlich der Final Boss? Ich bin mir immer nicht so ganz sicher, wann die Dinger explodieren. Also nochmal so einen Kreis selber machen. Ich bin mir immer nicht so ganz sicher, wann die Dinger explodieren. Also nochmal so einen Kreis selber machen. Das ist ja gar nicht einfach nur durchjumpen. Hä? Oh, wie soll das denn gehen? Ja, aber abschießen kann ich Dinger nicht, ne? Wenn er diesen Satz da nicht mittendrin abgeschnitten hätte, dann wäre das voll cool gewesen. Ne, hä? Hä? Wie hat das zu funktionieren, meine lieben Damen und Herren? Ja, 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 bla bla. Ja, ja, your fate is sealed. Ja, ja, your fate is sealed. No, 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 no. Upon us. Da fehlt ein Ass eigentlich. So, da fehlt ein Ass. Ne, hä? Hab ich, hab ich unendlich wieder Jumps? Wird mehr... Ne, hä? Hätte ich unendlich wieder Jumps, hätte ich verstanden, wie ich das denn in der Adoption soll, aber ansonsten bin ich echt noch ein bisschen selber fragt. Gerade. Weil das geht ja voll ewig, oder nicht? Ich kann ja nicht stehen bleiben dabei. Also chill, das mag er jetzt. Vielleicht krieg ich gleich ein Double Jump. Also... Ne, bestimmt nicht. Weil die Sterne hier sind ja nur hier unten. Oh mein, da kann ich einfach durchlaufen. Okay, 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 okay. Okay. Fine, I'll take it. Ja, ja, mein Fate ist sealed. Und Spaß, dieser erste Teil ist schon ein bisschen sicherlich. Okay, wenn ich da jetzt gerade... Weißt du, das ist wieder typisch. Ich sage es und direkt kriege ich eins aufs Respekt. Aber... Äh... Du kannst halt echt fast die ganze Zeit stehen bleiben. Ähm... Außer es kommt aus Versehen mal einer zu dir. So wie da gerade, aber... So, ich muss durch die ersten drei. Warum nicht? Wobei... Kann gut sein, dass ich über den auch noch drüber jumpen muss. Aber dann kann ich auf jeden Fall eine ganze Zeit lang gehen einfach nur. Ja, ja. Die Frage ist... Naja... Kann ich mir vorstellen, dass ich auf die andere Seite muss. Ja, am Link ist das irgendwie immer angenehm. Oder häufig angenehm. Ja, ja... Ja, ja... Blablabla... Wann, hört das auf? Gar nicht! Okay! Cool! Boah! Boah! Irgendwann muss ich mehr Zeit rausschlagen. Bin noch nicht ganz sicher, wie ich das machen soll. Also... Aha! So zum Beispiel. Ah, Moment! Nee! Doch! Ich habe mich gerade schon gewundert. Ich habe mich gerade schon gewundert. What the fuck muss ich denn jetzt hier schon wieder machen? Ah, na? Ja... Ja, wartet ihr mal bitte aufhören hier meine Plattform kaputt zu machen! Das ist glaube ich nicht gut, dass ich hier jetzt immer so einen Steg habe. Also da habe ich zu sp... Alter, der ist bl... Der ist bl... Habe ich zu spät geschaltet, dass ich die Finger hätte abschießen müssen? Tja... Das war nicht so gut. Naja, aber gut. Shit happens, habe ich mal gehört. Shit happens. Ja, ja... End of day... Warum kann er eigentlich fliegen und ich nicht? Finde ich frech. Nee, bei den Raumschiffen konnte ich auch ganz gut fliegen. Ach, scheiße. Ein bisschen früher muss ich schon loslaufen. Weil er ironischerweise am Anfang nicht auf mich schießt, sondern irgendwo vor mich. Was ziemlich frech ist, aber gut. Was... Oh nein! Nicht... Nicht hier wieder alles auseinander nehmen! Ach, ich bring in die Scheiße rein, ey! Bin nicht dämlich! Oh, mich schubt das Auge. Hm. Oh, was ist das? Das war im letzten Boss. Ah gut, da wurden nicht alle Bosse gezeiget, aber zumindest zwei von vielen. Okay, da kann ich nichts mehr unterlaufen. Ich wollte es zumindest mal probiert haben. Your fate is sealed, by the way. Viel Spaß, wäre das Ass da nicht abgeschnitten, ne? Dann wäre das echt cool. Das ist immer wieder dieser hässliche Hintergrund, der sich bewegt. Da kann ich durchlaufen, ich bin so dämlich. Ah, your fate is sealed, mama. Ass. Das ist ein bewegender Hintergrund. Gut. So, jetzt gehen, gehen, suchen, 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 welche Oktober ... Dann würde ich gern auf den Mitteln stehen. Scheiße. Da reicht's rum. Jawohl, ja. Wie viele Moskien treffen hier? Nein, der ist... Ach, scheiß noch die Bitch an. Ich bin halt manchmal echt ein bisschen langsam. Das ist aber auch wieder mal... Alter, ohne Spaß, ne? Wie viele von den Dinger... Wie viele von den Dinger müssen ich treffen? 95! Dann gehst du durch! Aaaaaah... Aaaaaah, fuck it... Upon us. Yay! Bindum Jump ist echt nicht cool. Drüber, drüber, gehen, 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 drüber! Drüber, 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 drüber! Und jetzt ist es vorbei. Nein, jetzt macht er hier nicht schon wieder alles kaputt! Chuchu! Chuchu! Chuchu, hab ich gesagt! Chuchu! Ne, ne... Ach, scheiße. Problem ist, wenn wir mal ein Fail und sich dann... Alter, ich hab ohne Spaß. Am Ende... sich immer mit so einer kleinen Piss-Plattform hier... Ja? Ja, der ist böse. Und der auch. Okay, der war ja nicht böse gewesen. Ist aber egal. Du, böse, weg damit. Ich spaß wie viele von den Dingern... Muss ich ihm... Aha, geht doch. You're better than I expected! But you cannot stop me, I will destroy the world. What? Das ist ein Screen, den wir schon mal gemacht haben. What?! What?! Das ist... Hm... Die Idee finde ich gar nicht so bad, um bei dir zu sein. Die Idee finde ich gar nicht so bad! Die Idee ist wirklich... Doch, wirklich. Die Idee hat was. Finde ich ganz cool so, an sich. Ich mein, ne? Das ist mal was anderes, als die ganze Zeit die Bosse, die man vorher schon tausendmal gemacht hat, nochmal zu sehen. Weil ich es erst persönlich auch ganz cool finde. Hat er ja auch davor schon gemacht. Das ist... Ich hab nicht viel Positives über dieses Spiel bisher gesagt. Und das ist... Das kommt auf jeden Fall mal in die positive Akte rein. Rüber, drüber, nochmal drüber. Das war's. Ich hab leider eben... Nein... Mach doch nicht... Das heißt, das ist egal. Ich brauch am Ende, brauch ich nur so einen kleinen Steg. Weil dann... Ändert sowieso... Nein! Oh mein Gott. Ja, mehr als einen kleinen Steg hab ich jetzt auch nicht mehr. Oh mein Gott. Ich bin dämlich. Was mach ich denn da? Warum jump ich denn da so weit raus? Ja, los. Okay. Ich müsste eigentlich mal mitzählen, wie viele Schüsse er braucht. Oh nein... Bis er... Bis er... Wechselt. Also die Form wechselt, ja. Oh nein... Oh nein... Ja, die Form.